Hallo, ich habe gerade geduscht und möchte euch mal zeigen, wie der Abzieher von Vikan das Wasser von den Fliesen abzieht. Und zwar seht ihr hier ganz toll die Wasserpearl. Und guckt mal her. Ist das nicht sensationell? Das ist ja trocken. Und das Tolle an diesem Abzieher ist, dass er aus einem Guss, also dieses Gummiteil ist aus einem Guss und hat nicht so eine Schiene wie die herkömmlichen Abzieher. Diese Gummilippe fehlt hier, die man abziehen kann. Aber das macht ja nichts. Dieses Silikon hier ist aus einem Guss und deswegen schmiegt sich der auch so toll hier an, dass sogar die Fugen trocken werden oder wie hier Mosaikflüssen. Ja, also das ist ein ganz toller Helfer. Auch schräg. Also ich zeige euch mal vorher die Wassertropfen. Oder hier an der Glasscheibe. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Hier die Wassertropfen. Und hier ziehe ich runter. Okay, dann suche ich rundherum. Also jeder, der bei uns geduscht hat, der muss abziehen. Und dann mit dem trockenen Tuch, mit dem trockenen Fenstertuch oder das Autotuch nehmen wir auch gerne, wieder den Restdrucken machen, wie zum Beispiel die Armaturen. Das macht richtig Spaß. Ich liebe dieses Geräusch. Dann weiß ich, dass es trocken ist. Gut, gibt es in meinem Shop. Klingt easy, ist aber so. Tschüss. Tschüss.